Der Tag war unfassbar toll bis jetzt. Es waren alle Leute super nett. Wir haben irgendwie viel gequatscht, auch mit den anderen Ländern, den anderen Künstlern. Ich habe mich mit allen sehr gut verstanden, viele Interviews, die aber auch alle sehr viel Spaß gemacht haben. Es ist irgendwie schön, dass so viele Menschen da sind, die sich interessieren. Hallo liebe Fans aus Niederlande, nur hablo espanol. Hallo liebe Fans aus Niederlande, ich hoffe mit dem mein Herz, dass ihr mein Liedchen Black Smoke Moisule findet. Man hat ja irgendwie auch Respekt vor den Leuten, die man irgendwie trifft. Man weiß vielleicht am Anfang noch nicht so ganz, wie gehe ich mit denen um, aber die meisten sind einfach genauso dumm und bekloppt wie ich. Und deswegen machen wir halt alle irgendwie das Gleiche, sind aufgeschlossen und das hat total... Ach, es gibt einem einfach sofort ein gutes Gefühl. Na, trinkt ihr schon Wein oder was? Ja sicher. Ja sicher. Was habt ihr noch gemacht? Nein, wir waren, wir haben eine klassische Amsterdam-Runde gemacht. Nee, geil. Sehr schön, sehr schön. Ja, einmal noch, ja. Und die Brillen dann drauf ein bisschen, dass wir die Gesichter sehen, ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Keine gute Idee. Ich freue mich ganz doll auf heute Abend. Es sind unfassbar tolle Stimmen dabei, das wird ein super, super Abend und ganz viel Spaß machen. Und ja, jetzt noch ein Interview nach dem nächsten und dann wird es jetzt gleich ins Hotel gehen, dann wird es sich fertig gemacht und dann wird heute Abend performt. Ja. 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 Musik Tolle Stimmen dabei, das wird ein super, super Abend und ganz viel Spaß machen und ja, jetzt noch ein Interview nach dem nächsten und dann wird es jetzt gleich ins Hotel gehen, dann wird es sich fertig gemacht und dann wird heute Abend performt. Unfassbar toll bis jetzt, es waren alle Leute super nett, wir haben irgendwie viel gequatscht, auch mit den anderen Ländern, den anderen Künstlern und ich habe mich mit allen sehr, sehr gut verstanden, viele Interviews, die aber auch alle sehr viel Spaß gemacht haben, es ist irgendwie schön, dass so viele Menschen da sind, die sich interessieren. Hallo liebe Fans aus Niederland, no hablo espanol. Hallo liebe Fans aus Niederland, ich hoffe mit Helmein-Heart, dass ihr mein Liedchen Black Smoke Moisule findet. Man hat ja irgendwie auch Respekt vor den Leuten, die man irgendwie trifft, man weiß vielleicht am Anfang noch nicht so ganz, wie gehe ich mit denen um, aber die meisten sind einfach genauso dumm und bekloppt wie ich und deswegen machen wir halt alle irgendwie das Gleiche, sind aufgeschlossen und das hat total, ach es gibt einem einfach sofort ein gutes Gefühl. Willkommen Ann-Sophie. A monster like me is the moving song from Norway, here are Merland and Deborah Skars. Der Tag war... Na, trinkt ihr schon Wein oder was? Ja sicher. Ja sicher. Was habt ihr noch gemacht? Na wir waren... Wir haben eine klassische Amsterdam-Runde gemacht. Nee, geil. Sehr schön, sehr schön. Ja, einmal noch, ja. Und die Brillen dann drauf ein bisschen, dass wir die Gesichter sehen, ja. Ah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich freue mich ganz doll auf heute Abend. Es ist ein unfassbar...